Guten Abend, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüsse Sie herzlich bei uns bei der Urnenkantonalbank. Herzlich willkommen. Lassen Sie mich als allererstes etwas sagen, und zwar, dass wir Sie natürlich sehr gerne persönlich empfangen hätten. Die ganze Situation und die mit dem Coronavirus verbundenen Massnahmen hatten auch die Erfolge, dass wir das heutige Format nicht gewählt mussten. Der Coronavirus hat einen grossen Einfluss auf unser alltägliches Leben. Und auch auf die Finanzwelt. Und darum das Motto von heute Abend, Geld anzulegen in einer verkehrten Welt. Unser Referent heute Abend, den wir gewinnen konnten, wird Ihnen die Auswirkungen des Coronavirus und der weiteren Vorkommnisse erläutern und Ihnen die Auswirkungen entsprechend aufzeigen. Er wird uns einen interessanten Einblick gewähren können. Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, dass ich Max Lüscher-Martin vorstellen darf und heute Abend er uns durch ein spannendes Referat durchführen darf. Max Lüscher-Martin hat 14 Jahre lang eine leitende Tätigkeit gehabt bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. Er hat das Institut für Banken und Finanzplanung gegründet. Er ist Autor von verschiedensten Fachbüchern zum Thema Anlegen, Kredit, Finanzplanung und übrigens auch Coach. Bevor ich Max Lüscher-Martin begrüssen darf, lassen Sie mich einige administrative Informationen Ihnen mitteilen zum heutigen Abend zum Ablauf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir können Sie weder hören noch sehen. Das heisst, Sie müssen zu Hause Ihr Mikrofon nicht stumm schalten und eine allfällige Webcam nicht ausschalten. Während dem Referat des Herrn Lüscher werden wir die Gelegenheit haben, mit ihm zu kommunizieren zu können, eine Interaktion. Am Schluss des Referats besteht auch die Möglichkeit, dass wir Ihre Fragen beantworten können. Das heisst, halten Sie bitte Ihr Smartphone bereit, das brauchen wir nämlich. Wir werden ein Online-Tool einsetzen, damit wir Kommunikation mit Ihnen zu Hause ermöglichen können. Am Schluss des Referats werden wir, wie angesprochen, Fragen beantworten können. Wenn wir nicht genügend Zeit haben, um alle Fragen zu beantworten, blenden wir eine E-Mail-Adresse ein, wo Sie die uns im Nachgang noch entsprechend einreichen können. Selbstverständlich stehen Ihnen Kundenberaterinnen und Kundenberater auch zur Verfügung. Jetzt möchte ich ganz herzlich Max Lüscher-Martin begrüssen. bei uns im Studio. Max, bitte guten Abend. Guten Abend. Schön bist du bei uns. Ich freue mich ausserordentlich, dass wir die nächsten 45 Minuten an einem interessanten Referat zuhören dürfen. Ich möchte Sie gerne das Wort übergeben. Okay. Schön darf ich da sein. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Was ist das für eine Welt, in der die Banken unser Geld nicht mehr wollen? Fragezeichen. Die Aussage bzw. die Frage von Markus Städeli bringt es auf den Punkt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in einer sehr, sehr speziellen Welt. Ausdruck dieser speziellen Welt ist das aktuelle Zinsniveau. Und dem Zinsniveau möchte ich mich im ersten Teil von meinem Vortrag widmen. Ich habe ein paar Langfrist-Charts zum Thema Zins vorbereitet. Und Sie sehen hier ein erstes Diagramm zu den Hyper-Decart-Zinssätzen in der Schweiz. Hier vielleicht einfach eine Vorbemerkung zu meinen Diagrammen, zu meinen Kursbildern. Ich sammle nicht die Briefmarken, ich sammle nicht die Kaffee-Ramm-Deckeli, ich sammle Daten. Aus diesen Daten mache ich Kursbilder und Sie sehen eines von diesen Kursbildern hier vor sich. Ich habe ziemlich viele von diesen Kursbildern, von diesen Diagrammen heute Abend mitgebracht. Was aber nicht die Idee ist von diesen Kursbildern, dass Sie bei jedem Kursbild in alle Detail hineingehen. Die Funktion ist einfach die, es sollte meine Aussagen oder meine Behauptungen oder was ich dann immer auch dazu sage, untermauern oder unterstützen bestätigen. Wir sehen hier, wie gesagt, die Hypothekar-Zinssätze in der Schweiz. Und hier einen markanten Punkt. Anfang der 1990er Jahre, einige von uns werden sich noch daran erinnern, haben die erste Hypotheke fast 8% gekostet. Wenn wir heute eine 5-jährige Festhypotheke aufnehmen, kriege ich die Hypotheke zum Ersatz von gut 1%. Ich zeige ein zweites Diagramm. Das zeigt die Verfallrendite von Bundesanleihen, ebenfalls mit Start am 31.12.1925. Wir haben auch hier einen markanten Punkt. Wenn der Bund Mitte 1970er Jahre Geld aufgenommen hat, in Form von Obligationenanleihen, dann hätte er damals mehr als 7% zahlen müssen. Und wenn wir jetzt die Situation anschauen, die Verfallrendite von Bundesobligationen, die ist aktuell bei rund minus 0,5%. Was heisst das konkret? Wenn der Bund heute Schulden macht, dann zahlt er keinen Zins, sondern er kriegt Zins. Wir sind wirklich in einer sehr, sehr speziellen Welt. Und da habe ich jetzt noch die Sparzinsen, also die Zinsen auf Sparkonte aufgelistet. Sie sehen, wir haben hier beispielsweise in den 70er Jahren noch Sparkontozinsen im Bereich von 5%. Auch am Beginn der 1990er Jahre noch Sparkontozinsen von gut 5%. Und aktuell, das wissen wir alle, sind wir bei 0. Wenn wir die Gebühren noch dazu zählen, sind wir vermutlich unter 0. Sie sehen, ich habe das Diagramm, das ist eher ein Schaubild, überschrieben. Der Zins reguliert die Märkte. Die meisten von Ihnen wissen, dass der Zins einen enormen Einfluss hat auf die Aktienmärkte, auf die Obligationenmärkte, auf die Immobilienmärkte, auch auf die Währungsmärkte, um ein paar von diesen Beispielen aufzuzeigen. Wichtig ist einfach die Erkenntnis, und ich möchte das gerne festhalten, wenn das Zinsniveau von Norden nach Süden geht, wenn es sinkt, dann hat das in der Regel Auswirkungen auf die Preise an den Aktienmärkten, auf die Preise an den Obligationenmärkten oder eben beispielsweise auf die Preise an den Immobilienmärkten. Beim aktuellen Zinsniveau besteht einfach die Gefahr, dass man zu teure Aktienmärkte, zu teure Obligationenmärkte, zu teure Immobilienmärkte oder der Währungsfront allenfalls Turbulenzen hat mit einem starken Schweizer Franken. Das wäre so die erste Feststellung, wenn Schuldner belohnt und Sparer bestraft werden. Wenn der Zins seine Rolle als Marktregulator verliert, dann sind wir wirklich in einer sehr, sehr verkehrten Welt. Ich erlaube mir aber eine ziemlich ketzerische Frage. Haben wir Sparer aktuell wirklich Grund zum Jammern? Das nächste Kursbild, das nächste Diagramm, das ich zeige, hat ziemlich viele Informationen. Ich will nur die wichtigsten aufzeigen. Es geht darum, was passiert, oder was ist passiert, wenn ich hier Ende Dezember 1925 100 Franken auf ein Sparkonto eingezahlt habe. Was ist nach 95 Jahren aus diesem Sparkonto geworden? Sie sehen hier möglicherweise die Zahl, das sind rund 1080 Franken. Wenn ich also während 95 Jahren 100 Franken einfach bei der Bank gelassen habe, dann habe ich auf die Jahrabend gerechnet etwa 2,54% Rendite gehabt. Also Jahresrendite etwa von 2,54%. In dieser Zeit haben wir pro Jahr eine Teuerung von etwa 1,94%. Pro Jahr, wenn ich von diesen 2,54% 1,94% Teuerung abzeuge, dann habe ich einen Realzins von 0,6%. Und Sie sehen ganz generell, wenn ich Sparer bin, dann habe ich immer einen grösseren oder einen kleineren Wettlauf mit der Teuerung. Sie sehen, da hat es eine schwarze, dunkelgraue Linie und das zeigt, wie die Teuerung sich in diesen 95 Jahren entwickelt hat. Sie sehen, unser Sparkonto hat sich etwa 10,8% verfacht und die Teuerung hat sich etwa um den Faktor 6,17% erhöht. Es ist uns also gelungen, mit einem simplen Sparkonto in den letzten 95 Jahren Teuerung zu schlagen. Und jetzt haben Sie vorher gesehen, wir hatten ja Zinsen oder Ziten gehabt, wo wir auf einem Sparkonto 5% und zum Teil sogar ein bisschen mehr gehabt haben. Ich habe da auf dem Diagramm die letzten 95 Jahre einfach im Rückblick immer 10 Jahre aufgeteilt. Und jetzt schauen wir noch mal eine Phase von 10 Jahren an, in der man aus heutiger Optik sagt, das war noch eine wunderschöne Zeit, da haben wir noch ein bisschen Zins gekriegt auf dem Sparkonto. Sie sehen, in dieser Phase von den 1970er Jahren haben wir im Durchschnitt etwa 3,64% auf dem Sparkonto gekriegt. Wenn wir aber noch die Teuerung berücksichtigen, wenn ich die Teuerung während diesen 10 Jahren abzeuge, dann bin ich teuerungsbereinigt im Minus, das heisst, die hohen Sparzinsen haben nicht gelenkt zu meiner Kaufkraft erhalten. Gleich sieht es auch in den 60er Jahren aus und ähnlich in den 1980er Jahren. Und wenn ich jetzt die letzten 10 Jahre anschaue, da sehen Sie, auf dem Sparkonto habe ich eigentlich fast nichts gekriegt, im Durchschnitt etwa 0,13%. Und was interessant ist, wenn ich die Teuerung noch berücksichtige, dann sind aus diesen 0,13% Nominalzins 0,32% Realzins geworden. Und wenn Sie die Teuerungsbereinigte Zins rückblickend anschauen, dann bin ich besser gewesen als da, ich bin besser gewesen als da, ich bin besser gewesen als da, ich bin besser gewesen als da. Und die kätzerische Frage ist jetzt einfach die, haben wir wirklich Grund zum Jummern? Ich möchte einfach, dass das an einem ersten Punkt festhalten, ein bisschen überspitzt, hohe Zinsen sind kein Grund zum Jubeln, tiefe Zinsen sind nicht wirklich ein Grund zum Jummern. Ich möchte die letzten zehn Jahre einfach noch kurz aufzeigen, was mit der Teuerung passiert ist. Sie sehen, das ist der Index von den Konsumentenpreisen in den letzten zehn Jahren. Wenn wir für den Warenkorb hier vor zehn Jahren 100 Franken bezahlt haben, dann hat der Warenkorb Ende 2020 noch 98 Franken 14 gekostet. Also Sie sehen, auch wenn ich auf dem Sparkonto praktisch nichts bekommen habe, trotz Nullzins habe ich die Teuerung geschlagen, ich kann mir heute mehr leisten mit 100 Franken als damals. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist alles palettig? Und wenn ich das Diagramm jetzt hier nehme, würde ich versuchen aufzuzeigen, dass wirklich nicht alles palettig ist. Sie sehen, ich habe hier die Verfallrenditen von den Bundesobligationen genommen, die 7,13% habe ich mal kurz erwähnt. Und jetzt sehen Sie hier so graue Zahnstacher. Die grauen Zahnstacher zeigen die Teuerung von Jahr zu Jahr. Also wenn Sie beispielsweise die grosse Säule hier anschauen, dann ist das teuer im Jahr 1973. Im Jahr 1973 haben wir pro Jahr, also in dem Jahr sind die Waren etwa 12% teurer geworden. Also ein Gut, das 100 Franken kostete, hat Ende Jahr 112 Franken gekostet. Das nutzt, um das Diagramm ein bisschen verstehen. Und jetzt schauen wir mal, gibt es allenfalls eine Beziehung zwischen Teuerung und Zinsentwicklung. Und wenn man jetzt vor allem die Zeit ab 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, was stellen wir fest? Teuerung geht rauf und Zinsen gehen mit. Teuerung geht rauf und Zinsen gehen mit. Teuerung geht rauf und runter und so weiter. Und Sie sehen, aktuell, wenn man die letzten Jahre anschaut, das bestätigt, was ich vorher gesagt habe, wir haben zwar tiefe Zinsen, bei den Bundesobligationen sogar Negativzinsen, aber eigentlich geht es uns in dem Tiefzinsenumfeld, man die Kaufkraft anschaut, gar nicht so schlecht. Und jetzt ist einfach die Frage die, hoppla, was passiert mit der Teuerung in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Meine Angst, vor allem als Grufte, 70 Jahre alt worden im letzten Herbst, meine Angst ist die, dass das graue Gespenst hier die Teuerung wieder ausbricht. Was ist der Grund meiner Befürchtung? Sie sehen hier die Entwicklung der Bilanz der Schweizerische Nationalbank. Die ist lang, lang da erste Hälfte oder erste Zeit im neuen Jahr 1000 praktisch nicht gewachsen. Da haben wir die Finanzmarktkrise gehabt, da können sich alle noch daran erinnern. Wir hatten eine Flucht in Schweizer Franken und die Nationalbank hat sich geschworen, wir schauen, dass der Schweizer Franken in die Decke geht. Was macht man in einer Situation? Nationalbank kauft Dollar, sie kauft britische Pfunde, japanische Yen und so weiter und so fort. Sie sehen, was ist passiert? Das sind die jüngsten Daten Ende November 2020. Die Nationalbank sitzt auf einem Devisenbestand von fast 900 Milliarden Franken. Um das einfach ein bisschen vergleichen, wenn man die Pensionskassen Guthaben von allen Mitarbeitenden in der Schweiz zusammenzählt, dann kommen wir auf einen Betrag, der nicht wesentlich höher ist. Die Nationalbank hat heute Devisen im Bereich vom Total von allen Pensionskassen Guthaben. Warum meine Angst in Sachen Inflation? Sie sehen, wenn die Nationalbank Dollar kauft, wenn sie Euro kauft, wenn sie britische Pfunde kauft, dann gibt sie dafür Schweizer Franken heraus. Die Schweizer Franken sind im Markt. Ein Teil von den Schweizer Franken steckt in den Bilanzen der Banken. Ein nicht geringer Teil von den neu geschaffenen Schweizer Franken sind aber in den Aktienmärkten gelandet, in den Obligationen Märkten gelandet, in Immobilienmärkten gelandet, vielleicht auch in den Edelmetallmärkten. Wenn man heute allenfalls Dreidruck hat, die Preise seien an der Börse nicht mehr allzu moderat, dann ist die Geldschwemme in Schweizer Franken ein möglicher Grund dafür. Meine Befürchtung ist einfach die, dass die Schweizer Franken Schwemme nicht auf Finanzmärkten Auswirkung hat, sondern auch dass Märkte für Konsumgüter und Dienstleistungen betroffen werden. Dass die Geldschwemme dazu führt, dass man in ein, zwei, drei, vier Jahren wieder eine Teuerung hat, die man möglicherweise gerne für wahrscheinlich halte. Meine grosse Angst ist, die Teuerung bricht wieder aus und wenn wir das Diagramm von vorher in Erinnerung haben, werden auch Zinsen steigen. Ich komme zum eigentlichen Thema von heute Abend. Sie sehen, ich habe hier oben geschrieben, eine verkehrte Welt stellt die Grundregeln der Geldanlage nicht auf den Kopf. Im Gegenteil, sie sind wichtiger denn je. Es gibt natürlich Regeln, wie man das Geld anlegt zuhauf. Ich habe mich auf drei Grundregeln beschränkt, die ich meine, diese dürften nützlich sein. Die erste Grundregel ist eine ganz simple. Setzen Sie auf verschiedene Anlageklassen und bauen Sie eine solide Anlagepyramide. Was meine ich mit dieser Anlagepyramide? Das ist ein Diagramm aus meinem jüngsten Buch. Selbstverständlich ist es nicht die Idee, dass ich sämtliche Bausteine erklären. Die Idee dieser Anlagepyramide ist einfach die wichtige Grundregel für Geldanlage sind Sie auf jeder Stufe irgendwo investiert. Fangen Sie an mit einer soliden Basis sei es Banksparen, Versicherungssparen, Vorsorgensparen, denken Sie an Obligationen, denken Sie an Aktien, denken Sie beispielsweise an Immobilien und denken Sie beispielsweise an Edelmetallanlagen. Sie sehen, ich könnte mir gut vorstellen, dass nicht alle von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, in Anlageklassen schon sind. Wenn man in eine neue Anlageklasse reingeht, gibt es eine wichtige zweite Grundregel. Die zweite Grundregel heisst, gehen Sie nur in eine Anlageklasse oder in ein Anlageprodukt rein, wenn Sie das verstehen und vor allem wenn Sie die Chancen, Risiken von dieser Anlageklasse realistisch einschätzen. Ich werde in der Folge vor allem auf die Chancen und Risiken von diesen verschiedenen Anlageklassen eingehen, sei es im Bereich Obligationen, sei es im Bereich Aktien, sei es im Bereich Immobilien, sei es im Bereich Gold und Silber. Sie sehen, ich habe gesagt, fangen Sie Ihre Geldanlage an auf der tiefsten Stufe unten und ich möchte nur zwei Sätze zum Vorsorge sparen zu sagen. Ich habe zwei Beispiele, die Sie dann zu Hause in Ruhe anschauen können. Alle, die noch berufstätig sind, stellen möglicherweise fest, dass sie noch freiwillige Einlagen in die Pensionskasse einzahlen. Und Sie sehen, wenn jemand beispielsweise in diesem Alter noch während fünf Jahren bis Richtung Pensionierung oder das Geld noch rausholen kann, dann haben Sie mit freiwilligen Pensionskasseneinlagen Renditenchancen im Bereich von 10% plus. Also meine Empfehlung ist immer die, wenn jemand mich fragt, was soll ich mit dem Geld machen, meine erste Frage ist immer die, hast du deine Pensionskasseneinlagen voll genutzt und erst dann reden wir über nächste Anlageklassen. Ich würde auch empfehlen, das Vorsorgekonto 3a nicht zu vergessen, auch jetzt, wo es fast keine Zins mehr gibt, werden sie mit dem Vorsorgekonto 3a mit dem Steuergeschenk von Bund, Kanton, Gemeinden 2% und mehr generieren. Ich komme zu der Anlageklasse Obligationen und auch bei der Anlageklasse Obligationen möchte ich einfach einmal zuerst zurück schauen auf die letzten 95 Jahre. Sie sehen hier ein Diagramm, ähnlich wie wir das beim Sparkonto sparen gesehen haben. Wenn man schaut, was man mit Obligationen die letzten 95 Jahre hat rauszuholen, dann hat man im Durchschnitt der letzten 95 Jahre eine Rendite von 4,23% erzielen. Wenn ich wieder die Teuerung von 1,94% abzuche, habe ich eine Realverzinsung von knapp 2,3%. Sie können sich noch erinnern, mit simplen Sparkontoeinlagen bin ich von 100 auf knapp 1100 Franken gekommen, mit Obligationen von 100 auf gut 5000 Franken. Und jetzt ist einfach die Frage, ob wir die Renditeerfahrungen der Vergangenheit einfach so in Zukunft fortschreiben. Und die Antwort ist ganz klar Nein. Ich möchte das kurz an diesem bunten Diagramm an diesem Schaubild aufzeigen. Beachten Sie nur die grüne und die blaue Kurve beachten. Sie sehen, das sind wieder die letzten zehn Jahre. Vor zehn Jahren hatte man für erstklassige Schweizer Franken Obligationen etwa 1,64% Rendite. Aktuell sind wir bei den erstklassigen Schuldnern Banken, Unternehmungen, Kantone etc. bei einem Zinsniveau unter 0 von minus 0,23%. Wer heute neu in Obligationen Markt investiert, hat keine positive Rendite, sondern eine negative. Und jetzt sehen Sie, was gibt es für einen Zusammenhang zwischen Verfallrenditen, zwischen den grünen Zinsen, die ich hier habe, und den Obligationen Markt. Sie sehen, in der ersten Phase sind die Zinsen für neue Obligationen gesunken und was passiert mit den Preisen für alte Obligationen, die steigen. Da sind die Zinsen für neue Obligationen wieder gesunken und die Preise für die alten Obligationen gestiegen. Und wenn Sie meine Befürchtung anschauen, was könnte im Bereich Inflation und Zinsen in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren bevorstehen, dann würde ich vermuten, dass nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht das nächste Jahr, vielleicht auch jetzt übernächst Jahr, die Inflation wieder ein Thema wird und die Zinsen für neue Obligationen wieder steigen. Das würde bedeuten, dass die Obligationenpreise oben runterkommen und dass Sie mit Obligationen die nächsten Jahre vermutlich nicht allzu viel Geld verdienen. Und jetzt ist natürlich die Frage die Gibt es allenfalls eine Möglichkeit, mit Fremdwährungsobligationen noch ein bisschen Zins zu generieren, noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und wenn Sie das Diagramm anschauen, sehen Sie, ob man jetzt den Aussidollar nimmt, hier grün oben dran, ob Sie Zinsen für britische Anleihen, ob Sie amerikanische Staatsanleihen nehmen, ob Sie deutsche Staatsanleihen nehmen, ob Sie japanische Bonds nehmen oder eben auch Schweizer Franken, alle Verfallrenditen sind im Keller. Das heisst, wenn man davon ausgeht und in den USA gibt es Tendenzen, dass die Zinsen wieder kehren. Das hat nicht zuletzt mit der neuen Regierung zu tun. Man will ein Investitionsprogramm und Wirtschaftsförderungsprogramm von grösser ordentlich 1900 amerikanischen Dollar lancieren. Das wird fast sicher dazu führen, dass die amerikanischen Zinsen wieder steigen. Wie auch immer, es könnte sein, dass man sagt, okay, hier im australischen Dollar oder beispielsweise im amerikanischen Dollar gibt es immerhin noch fast 1% Zins. Wenn ich das vergleiche mit deutschen Anleihen, die noch günstiger tiefer verzinst werden, als Schweizer Franken, aber wenn ich vergleiche Schweizer Franken Zinsen für Obligationen amerikanische Staatsobligationenzinsen australische Staatsobligationenzinsen dann könnte man sich ja überlegen ob man allenfalls dort hineingibt. Wenn man in Obligationen hineingeht in Fremdwährungsobligationen hineingeht dann gibt es zwei Risiken. Das eine Risiko heisst Bonitätsrisiko also japanische oder britische Anleihe ist der Schuldner gut genug dass er Zinsen zahlen kann und das Kapital zurückzahlen kann. Wie gross ist das Währungsrisiko? Zum Thema Schuldnerpolität einfach hier ein Diagramm Zeit lenkt nicht um hier im Detail darauf eingehen aber Sie sehen dass Schuldnerbarometer hat einen knallharten Spitzenritter das ist Japan Japan hat im Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung die Röstung Staatsverschuldung überhaupt Japan kann aber heute Geld aufnehmen zu 0% und Sie sehen auf dem Siegertreppli haben wir auch Griechenland Griechenland an zweiter Stelle von dem Schuldenbarometer Griechenland kann heute Geld aufnehmen für etwa 0,6% Sie können auch Italien nehmen etwa mit 0,3% Sie können Frankreich geben für minus 0,3% minus 0,4% kann Schulden aufnehmen Meine Behauptung die Feststellung ist einfach die Schuldnerbonität wird mit den heutigen Zinsen nicht angemessen entschädigt also die Zinsen müssten eindeutig höher sein und Sie sehen zum Thema Fremdwährungsrisiko hier einfach ein Beispiel Sie sehen eine blaue Kurve die blaue Kurve zeigt die Entwicklung der Staatsanleihen Renditen in den USA und rot haben sie die Entwicklung der Staatsanleihen Renditen in der Schweiz und wenn man blau minus rot macht haben sie die grünen Zahnstocher hier Wenn man die ganze Periode anschaut sieht man amerikanische Staatsanleihen haben im Schnitt deutlich besser rentiert als Schweizer Staatsanleihen Da würde man doch eigentlich meinen eigentlich müsse man beispielsweise amerikanische Obligationen im Depot haben Und jetzt zeige ich Ihnen ein Diagramm wo ich auch nur wieder Deckdaten aufzeigen Sie sehen einerseits mal grün was ist mit dem Wechselkurs Schweizer Franken US Dollar passiert und dann habe ich einfach zwei Rösschen laufen Sie sehen ich habe hier ein rotes Rösschen das ist wenn Sie mit Zins und Zinseszins in Schweizer Staatsanleihen waren und das blaue Rösschen das ist wenn sie mit Zins und Zinseszins in amerikanischen Obligationen waren Sie sehen hier ist das blaue Rösschen weit weit voraus gegenüber dem roten was ist der Grund der amerikanische Dollar ist gegenüber dem Schweizer Franken stärker und wenn wir schauen was in der Folge passiert ist der amerikanische Dollar ist das Loch durchab knallhart Richtung Süden und wenn wir schauen was wir am Ende dieser Betrachtungszeitraum für eine Situation haben wir sind praktisch wie bei einem Marathon wo der eine schnell angelaufen ist und der andere mit einem sauberen pace ins Ziel gegangen ist wir sind praktisch gleich weit also wenn wir das Währungsrisiko hier noch etwas genauer anschauen Sie sehen das zeigt wieder mit Start 1925 was passiert ist mit dem britischen Pfund und was passiert ist in dieser Zeit mit dem amerikanischen dollar für ein britisches Pfund habe ich vor 95 jahren noch 25 franke gezahlt aktuell sind wir bei 1 franke 20 für den amerikanischen dollar habe 1925 gut 5 franke gezahlt aktuell sind wir bei 0,89 also Ende Jahr was heisst das konkret wenn ich mit Fremdwährungsobligationen will zusätzlich Geld verdienen dann haben wir einen grossen Spielverderber und dieser Spielverderber heisst Wechselkursrisiko Währungsrisiko also auf lange Sicht zeigt sich dass der Zinsvorteil durch Währungsverluste praktisch verschwindet also wenn ich das zusammenfasse gibt es für die nächsten 2, 3, 4 Jahre mit Obligationen Möglichkeiten viel Geld zu verdienen dann würde ich meinen nein bestenfalls bleiben sie auf dem Besitz was sie aktuell haben und jetzt komme zum Thema Aktien das ich ins Zentrum des heutigen Abends stellen und sie sind bereits darauf hingewiesen worden dass wir sie ein bisschen einbinden in den Vortrag sie sehen es würde mich interessieren was haben sie sehr geehrte Damen und Herren für eine Vorstellung welche mittler jahresrenditen darf man auf lange sicht vom aktienmarkt schweiz erwarten und sie sehen jetzt kommt da einerseits auf die einblendung ein www menticom wo sie sich einloggen sie geben den code ein 57 21 36 6 oder sie haben den QR-Code leser dann können sie ihr Handy einfach vorne her halten und dann sind sie eingeloggt sie werden dort eine Frage finden wo sie zuordnen bin ich eher bei einer tiefen durchschnittsverzinsung bin ich eher bei einer höheren durchschnittsverzinsung für aktien und sie sehen ich habe drei antworten bin gespannt was für weitere antworten es kommen an sie sehen wir haben 4% bis 5,99% die dominiert an zweiter Stelle haben wir die gelbe Säule mit 2% bis 3,99% wir lassen das noch ein bisschen entwickeln ok ich würde meinen wir lassen das einmal gut sein und schauen wie gut sie mit ihren einschätzungen drin liegt aber da haben wir noch jemand der ganz tief unten ist bei 0 bis 1,99% dann darf ich bitten dass man die hitparade wegschaltet und ich zeige wie das auf basis der letzten 95 jahre tatsächlich ist sie sehen wenn ich am 31.12.1925 100 franken in aktienmarkt schweiz investiert habe dann sind und zwar immer mit reinvestition von dividenden also dividenden haben sie nicht konsumiert sondern wieder in aktienmarkt investiert dann sind aus diesen 100 franken gut 127 000 franken worden also wir haben eine durchschnittsverzinsung von 7,82 und die die zäulen gewählt haben 4-5,99% die sind durchaus auch recht gut gelegen die 7,82 das bedeutet einfach Total Return also konkret auf deutsch dividende werden immer reinvestiert immer wieder angelegt wenn sie dividende nicht immer sofort wieder in aktienmarkt investieren dann ist die verzinsung durchschnittsrendite von aktien schweiz etwa 2% tiefer als etwa bei 5,8% und sie sehen wenn ich im Freundeskreis schaue wie viele Leute sind wirklich in aktien dann stelle fest dass sehr viele aktien abstinenten sind und sie sehen sie haben einerseits die optimisten die die jahre für streichen wo ich mit aktien sehr sehr viel geld verdient haben also bis 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 jahr 1985 mit über 60% in einem jahr und dann haben sie natürlich die die finanzmarktkrise mit minus 34% in einem jahr und das führt mich zu einer nächsten frage wie hoch meinen sie ist auf lange sicht die wahrscheinlichkeit einer negativen jahresrendite also sie kaufen anfang jahr aktien wie gross ist die wahrscheinlichkeit dass sie mit aktien weniger haben sie haben also die die schon eingeloggt sind können hier fortfahren mit der nächsten frage und ihre einschätzung weiter geben Ja, ich nehme das Bild einfach mal zum Nennwert. Wir sehen, wir haben Leute, die das Gefühl haben, auf Jahresbasis ist das Risiko sehr, sehr klein. Und wir haben am meisten Votes, wenn ich so sagen will, die das Verlustrisiko auf Jahresbasis zwischen 10 und 15 Prozent einschätzen. Drei sind dort, wo das Risiko im Bereich 30 bis 35 Prozent einschätzen. Und jetzt möchte ich einfach zeigen, auf Basis der letzten 95 Jahre, wie das tatsächlich war. Das ist die Antwort. Sie sehen, wir haben grüne Zahnstocher und rote Zahnstocher. Rote Zahnstocher sind Jahre, wo wir das Jahr mit einer Minusrendite beendet haben. Die grünen Zahnstocher sind Jahre mit einer positiven Rendite. Und Sie sehen, wenn ich die roten Zahnstocher zusammenzähle, dann gibt es 29. Wenn ich die grünen Zahnstocher zusammenzähle, dann gibt es 66. Wenn ich die 29 roten Zahnstocher ins Verhältnis setze von insgesamt 95 Aktienjahren, dann gibt es einen Wert von gut 30 Prozent. Das würde also bedeuten, das Risiko mit Aktien, dass Sie Endejahr weniger haben als Anfangjahr, ist ungefähr 30 Prozent. Ich arbeite, wenn ich junge Leute unterrichte, einfach mit einer Faustregel. Wenn Sie in Aktien investieren und drei Aktienjahre nehmen, dann müssen Sie in einem von diesen drei Aktienjahren im statistischen Mittel damit rechnen, dass Sie Hinterski machen. In zwei von drei Aktienjahren dürfen Sie im statistischen Mittel damit rechnen, dass Sie mit Aktien für Ski machen. Und Sie sehen, die, die gerne ein bisschen Statistik haben, die rote Kurve, das ist die Glockenkurve vom Herrn Gaus. Der Herr Gaus hat von Aktien sicher kaum etwas gewusst. Er hat einfach behauptet, wenn wir die Miete nehmen, etwa von 7,82 Prozent. Am häufigsten gibt es Jahresrenditen etwa in die Mitte. Sie sehen, das ist eine Klasse 0 bis 5 Prozent. Wenn ich stark hier auf die andere Seite gehe, also 30 bis minus 40 Prozent, ist das ein sehr seltenes Ereignis. Wenn ich hier Jahre mit 60 Prozent und mehr anschaue, ebenfalls selten. Also wir halten fest, wir haben ein relativ grosses Minusrisiko auf Jahresbasis. Und jetzt ist einfach die Frage, kann man die Resultate, die Ergebnisse vom Aktienmarkt Schweiz beispielsweise auf den US-amerikanischen Markt übertragen. Warum habe ich den US-amerikanischen Markt genommen? Es gibt nicht allzu viele Länder, wo sie eine lange Datenbasis haben. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das gleiche Diagramm, das wir schon im Sparkonto hatten, bei den Obligationen hatten, beim Aktienmarkt Schweiz hatten, gebraucht, um aufzuzeigen, was sie mit der Referenzwährung Schweizer Franken mit amerikanischen Aktien generieren konnten. Und Sie sehen, bei amerikanischen Aktien, das ist stark bedingt durch den letzten Aufschwung in den letzten paar Jahren, haben sie im Jahresmittel gut 8 Prozent gehabt, im langen Mittel, wenn man Teuerung abzählt, etwa 6,22 Prozent. Und wenn man da auch wieder die grünen und die roten Zahnstocher anschaut und das zusammenzählt, dann haben sie insgesamt 31 rote Zahnstocher und 64 grüne Zahnstocher. Wenn man die 31 ins Verhältnis setzt oder 95, dann sind wir bei knapp einem Drittel. Also mit anderen Worten, auch wenn sie in den amerikanischen Aktienmarkt reingehen, in den deutschen Aktienmarkt reingehen, in den britischen Aktienmarkt reingehen, sie haben überall etwa die ähnlichen Chancen und Risiken. Und jetzt wäre einfach die Frage die, wo stehen wir denn jetzt? Ist der Aktienmarkt in der Schweiz einigermassen fair bewertet? Ich möchte zuerst einmal die lange Sicht aufzeigen. Das ist eine spezielle Sicht. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren mit einer ganz simplen Systematik. Und zwar sehen Sie hier den Ausgangspunkt. Das ist die Entwicklung des Aktienmarkts Schweiz wie gesagt vom 31.12.1925 bis zum 31.12.2020. Sie sehen, ich habe hier den Stand des Swiss Performance Index. Der umfasst ja bekanntlich 200 Aktien. Aktuell sind es rund 215. Das ist der Stand des SPI am 31.12.2020. Und jetzt habe ich das zurückgerechnet mit den Daten der Bank Big D. Wenn ich also hier 10.45 Franken investiert hätte, wäre ich nach 95 Jahren auf diesen 13.322. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einmal versucht, alle Tiefpunkte, Sie sehen hier einen, 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 mit einer Geraden zu verbinden. Ich habe diese Geraden nach Entschuldigung nach oben verschoben. Und Sie sehen, ich habe hier wieder einen Punkt gefunden, ich habe hier wieder einen Punkt gefunden. Angefangen habe ich mit dem Diagramm hier. Ich habe es nie verändert. Und Sie sehen, da haben wir jetzt eine Phase gehabt, wo das über den sogenannten Trendkanal herausgeschwappt ist. Ich möchte etwas dann separater zusagen. Und jetzt habe ich einfach noch eine Mitte genommen und einfach eine simple These aufgestellt. Wenn ich in diesem langfristigen Aufwärtspfad oberhalb der Mitte bin, dann sind wir eher überbewertet. Wenn wir unterhalb dieser Mitte sind, dann sind wir eher unterbewertet. Und Sie sehen, jetzt habe ich genau den gleichen Kanal einfach das Grund gelegt für den Swiss Performance Index, seit es ihn gibt. Also den Swiss Performance Index gibt es seit 1987. Und wenn man jetzt versucht, sich ein Bild zu machen, taugt der Aktienbarometer, den ich hier entwickelt habe, etwas. Dann sehen Sie, da ist der Aktienmarkt Schweiz über mein Band, über meinen Trendkanal herausgeschwappt. Meinen Studenten damals habe ich gesagt, wenn der Markt nicht korrigiert, gebe ich meinen Job auf. Sie sehen, wir haben hier wieder eine Entwicklung gehabt, zumindest an dem Rand des Trendkanals. Und Sie sehen, da zwar mit deutlicher Verzögerung, hat es korrigiert. Es hat korrigiert. Und wenn wir jetzt die Situation anschauen, dann sehen Sie, dass ich bei dieser Mitte bin. Das heisst, gesehen ist leicht übertrieben. Man sieht es nämlich fast nicht. Darum habe ich jetzt das Diagramm gekippt. Als Sie sehen, das hat in der Mitte eine orange Linie. Und das, was jetzt hier steigt, habe ich einfach waagerecht gemacht. Und Sie sehen, wenn wir jetzt die Situation hier anschauen, Ende 1990er Jahre, dann habe ich gesagt, das ist ein Kennzeichen für eine massive, irrationale Überbewertung. Da nach der Finanzmarktkrise hätten wir eigentlich sensationelle Einstiegschancen gehabt, wenn man dem Barometerchen glaubt. Und wenn man jetzt die Situation per Ende Dezember 2020 anschaut, ist meine Einschätzung die, dass wir etwa ein Korrekturpotenzial in Richtung dieser orange Linie von etwa 9,5 Prozent haben. Sie wissen alle, in den ersten Januartag, in den ersten Tagen vom neuen Jahr, ist der Swiss Performance Index noch stärker gestiegen, also das aktuelle Korrekturpotenzial auf ein normales, vernünftiges, trendneutrales Niveau, würde ich etwa bei 10 bis 12 Prozent einschätzen. Und Sie sehen, jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die ich selber brauche, um den Aktienmarkt zu einschätzen, ob er einigermassen fair bewertet ist. Da gibt es wieder viele Informationen darauf. Und Sie sehen, man kann die Märkte auch beurteilen, oder ein Unternehmen beurteilen, indem man die Bilanz des Unternehmens analysiert oder analysieren lässt und die Erfolgsrechnung analysiert. Und Sie sehen hier eine zentrale Grösse, das ist der Gewinn, den ein Unternehmen generiert. Wenn ich den Gewinn eines Unternehmens teile, durch die Anzahl Aktien, dann gibt es eine Grösse, die heisst Gewinn pro Aktie, oder Sie sehen hier ausnahmsweise noch einen englischen Ausdruck, EPS, Earnings Per Share. Als Sie sehen, ich habe hier einmal unterstellt, es gibt ein Unternehmen, das einen Gewinn pro Aktie von 20 Franken erzielt. Der aktuelle Aktienkurs wäre 300 Franken. Und wenn ich jetzt die 300 Franken teile, durch die 20 Franken gewinnt pro Aktie, dann gebe ich das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 Mal. Das heisst, der Aktienkurs ist 15 Mal höher als der erwartete Gewinn. Und ich habe hier noch eine zweite Grösse, das wäre die Dividenden pro Aktie. Also das ist eine realistische Grösse. Wir haben einen Gewinn pro Aktie von 20 Franken. Das Unternehmen zahlt 60% davon in Form von Dividenden aus. Wenn ich wieder einen Kurs von 300 Franken habe, dann gibt es eine Dividenden-Rendite von 4%. Also 12 Franken Dividenden geteilt durch 300 Franken. Der Kurs macht 4% Dividenden-Rendite. Und jetzt schauen wir nochmal an, was ist, seit es für die Schweiz einigermassen für vernünftige Daten gibt, was ist passiert? Sie sehen unten den blauen Teil. Der blaue Teil zeigt auf, wie sich die Gewinnerwartungen, und zwar immer die Gewinnerwartungen auf Basis der nächsten 12 Monate entwickelt haben. Und Sie sehen, wir haben, glaube ich, ziemlich einen klaren Zusammenhang zwischen Aktienkursentwicklung und Gewinnerwartungen. Steigende Gewinnerwartungen, SPI steckt, sinkende Gewinnerwartungen, SPI sinkt, steigende Gewinnerwartungen, und so weiter. Und Sie sehen, jetzt kann man den Gewinn von allen Unternehmen, die im SPI drin sind, in Punkte ausdrücken. Sie sehen die Gewinnpunkte bei einem Indexstand von 13'332 Punkten. Wenn ich das durch das teile, also die 13'332,28 durch die 7'799, dann gibt es ein sogenanntes Kursgewinnverhältnis von 18'83. Und jetzt ist die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Und die Antwort darauf sehen Sie hier. Ich habe einfach, seit ich diese Daten habe, das sind die Bloomberg-Daten, geschaut, was ist ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis. Sie sehen, wenn ich den Durchschnitt nehme von diesen Kursgewinnverhältnissen über die letzten rund 33 Jahre, dann ist die Mitte bei 16 Prozent. Aktuell sind wir bei 18,83 Prozent. Wenn ich jetzt schaue, wie hoch das Korrekturpotenzial ist bei den Gewinnerwartungen, die wir hier haben, dann würde das bedeuten, ein PI von 18,83 Prozent ist ziemlich stark am Rand aus meiner persönlichen Einschätzung von einer Überbewertung, von einer Übertörung. Persönlich bin ich der Meinung, dass die erwarteten Gewinne ziemlich hoch sind, vermutlich zu hoch. Und wenn diese Märkte wieder korrigieren sollten, auf ein vernünftiges PI, meiner Einschätzung nach, von 16, dann haben wir ein Korrekturpotenzial etwa von einem Sechstel. Also Sie sehen, wenn man versucht, Gewinne als Massstab zu nehmen, ob wir einen billigen oder eher einen günstigen Markt haben, dann haben wir ein Korrekturpotenzial von etwa 15 Prozent. Wenn wir jetzt auch noch die Kursentwicklung im Januar dazu erzählen, ist das Korrekturpotenzial etwa bei 16, 17 Prozent. Und Sie sehen, das Diagramm ist ein bisschen sehr rüppig. Hier drin, mitten drin, hat es eine blaue Linie. Und diese blaue Linie bedeutet, was wäre eine faire Marktbewertung, wenn wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 hätten. Also die erwarteten Gewinne mal 16. Und Sie sehen, wenn wir Ende Jahr etwa 13'300 SPI gehabt haben, dann wäre mit dem KGV-Modell etwa 11'300 eine realistische Bewertung vom Aktienmarkt Schweiz. Wenn Sie das daheim ausrechnen, sehen Sie, das ist etwa ein Korrekturpotenzial von ungefähr 15 Prozent. Zum aktuellen SPI-Stand auch ein bisschen mehr. Und jetzt persönlich einfach noch ein letzter Teil. Ich habe noch die Dividendenrenditen genommen. Diese Kurve kennen Sie aus der langen Sicht. Das ist die Verfallrendite von Bundsobligationen. Und das ist die Dividendenrendite der Aktien, die wir im SPI haben. Sie sehen, eine durchschnittliche Dividendenrendite auf Aktien Schweiz ist fast bei 3 Prozent. Wenn man das vergleicht mit der Verzinsung von Bundsobligationen, dann spricht trotz relativ hoher Aktienbewertungen doch einiges für Investitionen in Aktien oder zum Drei bleiben. Ich komme zum zweitletzten Teil. Ich möchte zum Gold und Silber kurz etwas sagen. Das ist wieder das bekannte Diagramm. Sie sehen, was wäre passiert, wenn ich am 31.12.1925 100 Franken in ein Kino Gold investiert hätte. Also einfach in Gold investiert. Aus diesen 100 Franken sind während diesen 95 Jahren gut 1'500 Franken geworden. eine Durchschnittsrendite von 2,93. Wenn Sie das vergleichen mit dem Sparkonto, haben Sie mit Gold auf lange Sicht nicht viel mehr Rendite erzielt als auf einem Sparkonto. Und Sie sehen, das sind wieder die Zahnstocher hoch und runter mit Gold. Die ältere Generation kann sich etwa noch erinnern an das Jahr 1975, wo der Goldpreis in einem Jahr um 141 Prozent gestiegen ist. Sie sehen aber, wir haben durchaus Jahre gehabt, in denen Sie mit Edelmetall sehr, sehr viel Geld verloren haben. Das ist Silber. Da muss ich nicht viel dazu sagen. Wer langfristig im Silber drin war, ist mit einem Sparkonto deutlich besser gefahren. Und Sie sehen, wenn ich hier auch wieder positive Jahre, also grüne Jahre und rote Jahre anschaue, dann haben wir hier ein Jahr das Jahr 1979, wo die Silber in einem Jahr um über 400 Prozent gestiegen ist. Da gab es ein amerikanisches Bruderpaar, die Gebrüderhand, die versucht haben, den Silbermarkt in den Griff zu kriegen. Das ist kläglich gescheitert. Am Schluss sind Sie noch im Gefängnis gelandet. Also Sie sehen, auch hier wieder Jahre 46 Prozent minus 37 Prozent minus. Was spricht möglicherweise für Gold? Sie sehen, in diesem Diagramm habe ich versucht, aufgrund von Daten, die man im Internet finden kann, wie viel Gold ist, seit man überhaupt Gold gerabt, wie viel Gold ist je aus der Erde herausgerübelt worden und sinnigerweise wieder in die Erde irgendwo in einen Tresor gesteckt worden ist. Die Schätzungen sind die, dass es etwa 200'000 Tonnen Gold gibt. Was bedeutet das, wenn man die 200'000 Tonnen Gold in einen Würfel schmelzen würde? Dann gäbe es das einen Goldwürfel mit 21,5 Meter Kantenlänge. Also 21,5 mal 21,5 mal 21,5. Gold ist knapp. Gold darf man ein bisschen im Depot haben. Und Gold hat vor allem kein Semitentenrisiko, als Sie sehen, wenn Sie Obligationen kaufen, der Schuldner kann Konkurs gehen. Wenn Sie Aktien kaufen, beispielsweise Wirecard, dann haben Sie zweimal nichts mehr. Und Sie sehen, beim Silber gibt es etwa achtmal mehr. Auch das ist knapp, aber Silber muss man meiner persönlichen Einschätzung nach nicht haben. Ich habe jetzt fairerweise aufgezeigt, was ist mit Gold und Silber seit 1969 passiert. Sie sehen, in der jüngeren Frist haben Sie mit Gold durchaus pro Jahr etwa 4,83 Prozent machen können. Aber Silber ist auch in dieser Phase nicht unbedingt das, was man haben muss. Ich werde jemanden gefragt, ist denn allenfalls die Kryptowährung Bitcoin, die man haben müsste, ist das nicht möglicherweise das neue Gold? Und ich muss einfach sagen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe keine Ahnung, wie Bitcoin funktioniert. Ich habe zwar zwei Bücher versucht, darüber zu lesen. Ich bin nicht gescheiter geworden. Persönlich käme es mir nicht den Sinn, Bitcoin zu kaufen. Wenn jemand Lust hat, das zu machen, soll er das machen. Für mich ist das zu esoterisch. Sie sehen übrigens hier noch den gleichen Chart, eine andere Skalierung. Also, wenn jemand ein paar Franken in Bitcoin investieren möchte, um zu schauen, was hier rauskommt, soll er es machen. Mir persönlich käme das nie einen Sinn. Und jetzt nur noch zwei Aussagen über Immobilien. Sie sehen, bei Immobilien kann ich entweder ein Einfamilienhaus kaufen, ich kann eine Eigentumswohnung kaufen. Wenn ich genug Geld habe, kann ich sogar ein Mehrfamilienhaus kaufen. Und Sie sehen, wenn Sie dort die Entwicklung der Immobilienfonds in der Schweiz, es gibt Daten, seit Anfang 1960, dann sind Immobilien etwas gewesen, wo man sehr schöne Renditen generieren konnte. Und was Sie vor allem sehen, die Kursschwankungen bei dem Immobilienfonds, wo wir lange Daten haben, waren sehr klein. Ich zeige aber hier noch einen letzten Chart zum Immobilienpreisindex von Wüstpartner. Sie kennen die Firmen. Sie sehen hier einerseits einmal den rote Teil. Das ist die Preisentwicklung, also die Angebotspreise von Mehrfamilienhäusern. Hier hatten wir in den 90er Jahre einen massiven Einbruch. Und Sie sehen, seit etwa 2015 gehen die Angebotspreise von Mehrfamilienhäusern oben runter. Sie sehen auch, wo Immobilienfonds sonst noch investieren. Das sind Büroflächen. Das ist eigentlich ein Markt, wo sich Preise seitwärts bewegt. Wenn man die Gewerbeflächen, Verkaufsflächen anschaut, dann bewegen sich die Immobilienpreise seitwärts und bei den Mehrfamilienhäusern sogar abwärts. Persönlich würde ich meinen, bei den Immobilienmärkten haben wir das Ende der Fahnenstange etwa gesehen. Sie sehen aber, dass sich teilweise Teilfamilienhäuserpreise und Jogger-Eigentumspreise und Eigentumswohnungen nach oben bewegen. Ich komme zum Schluss. Sie sehen, ich habe den Eindruck, wir haben eher etwas teure Obligationenmärkte. Wir haben teure Aktienmärkte. Wir haben Immobilienmärkte, die nicht sehr attraktiv sind. Meiner Meinung nach. Und die Idee wäre jetzt einfach einmal zu zeigen, was wäre in einem ausgewählten Zeitraum passiert, wenn ich nicht auf einzelne Anlageklassen gesetzt hätte, sondern auf verschiedene. Warum habe ich die Basis von den letzten 25 Jahren genommen? Es ist relativ klar, von dort weg habe ich eine solide Datenbasis. Sie sehen, das ist die Entwicklung von Aktien Schweiz. Dann sehen Sie hier die Immobilienfonds. Dann sehen Sie das Gold, das in diesen 25 Jahren recht gut rentiert hat. Dann sehen Sie die Obligationen. Und wie ich die Sparkonto erwähnt habe, habe ich unten auch noch das Sparkonto reingenommen. Und jetzt schauen wir mal an, was passiert wäre, wenn Sie mit unterschiedlichen Mischungen Aktien Schweiz, Obligationen Schweiz und Sparkonto geschafft hätten. Sie sehen, das läuft dann unter Strategie Income oder auf Deutsch Einkommen. Income Strategie hat gerade passt, ohne dass man den Titel verhauen hat. Sie sehen, wenn ich beispielsweise mit 20 Prozent Sparkonto, 64 Prozent Obligationen Schweiz und 16 Prozent Aktien Schweiz gefahren bin, dann habe ich in diesen 25 Jahren im Schnitt 3,73 Prozent generiert. Und die Unterzahl, das wäre die Volatilität, das wäre das Ausmass der Kursschwankungen. Ich habe dann auch versucht zu zeigen, was wäre passiert, wenn man neben den Obligationen Schweiz und Aktien Schweiz auch noch in Auslandobligationen in Ausland-Aktien hinein wäre. Also ich habe den Anteil Aktien Schweiz und Aktien Welt halbiert und das Gleiche bei den Obligationen. Wenn Sie das vergleichen, in den letzten 25 Jahren haben Sie mit einer internationalen Diversifikation keine Zuansatzrendite generiert. Bei den Risiken sind sie sogar noch ein bisschen höher gewesen. Ich erinnere an das, was ich zu den Fremdwährungsrisiken gezeigt habe. Und jetzt kann ich eigentlich relativ locker meinen Vortrag abschliessen. Das wäre die Idee, 20 Prozent Sparkonto, 50 Prozent Obligationen, 30 Prozent Aktien. Wir sind bei 4,49. Wenn Sie international diversifiziert haben mit dem gleichen Gefäss, sind Sie ein bisschen schlechter. Wenn man eine sogenannte Balance-Strategie fährt, als Sie sehen, Zinspapiere etwa die Hälfte und Aktien die Hälfte, also 10 Prozent Sparkonto, 40 Prozent Obligationen, 50 Prozent Aktien, sind Sie bei 5,71. Risiko natürlich höher, 9,10. Das wieder internationale Diversifikation. Sie sind eher schlechter gefahren, wenn Sie auch Auslandaktien hatten und Fremdwährungsobligationen. Das wäre die Scheine Wachstum, Growth, also mit einem Aktienanteil, im konkreten Fall hier von 70 Prozent, wenn Sie noch die Schweiz genommen haben und hier bei einem Auslandanteil. Und Sie sehen, das wäre noch die Scheine, 90 Prozent Aktien, hier nur Schweiz und hier aufteilt der Aktienanteil in die Hälfte Schweiz und die Hälfte Ausland. Und das hier zeigt eigentlich, was in den letzten 25 Jahren passiert ist. Sie kennen ja das wunderschöne englische Unwort, will ich sagen, no risk, no fun. Wenn Sie halt auf der Scheine Rendite hier weiter hochkommen wollen, dann bleibt Ihnen in Gottes Namen nichts anderes übrig, als halt auch in Papiere, in Sachen hineinzugehen, die mehr Risiko haben. Aber Sie sehen, wenn wir hier beispielsweise etwas, was ich selbst gerne empfehle, also einen ausgewogenen Teil, die Hälfte Zinspapiere, die Hälfte Aktien, dann haben Sie in den letzten 25 Jahren eine sehr schöne Rendite erreicht. Und jetzt habe ich ja noch Gold und Immobilien erwähnt. Sie sehen, für Obligationen bin ich nicht sehr optimistisch. Ich habe jetzt einfach einmal geschaut, was passieren würde, wenn man bei den Obligationen noch 20% investiert, 10% in Immobilien und 10% in Gold. Und siehe da, wenn Sie das hier vergleichen, das wäre ausgewogen ohne Gold und Immobilien, da sind wir bei 5,71. Und da sind wir auf 6,23. Ich schliesse ab und erinnere einfach an meine drei Grundregeln. Wir haben die Grundregel 1. Anlagepyramide. Grundregel 2. Anlagepyramide ist gut, aber wählen Sie nur Bausteine aus dieser Anlagepyramide, die Sie verstehen und die Sie mit den Chancen risikenal umgehen können. Und Grundregel 3. Diversifizieren Sie und wählen Sie eine Anlagestrategie, die wirklich zu Ihnen passt, wo Sie das Gefühl haben, wohl mit diesen Kurseinbrüchen, die allenfalls damit verbunden sind, kann ich gut leben. Ich habe versprochen, ich sei etwa um 8 Uhr fertig. Das habe ich einigermassen eingehalten. Danke vielmals, dass Sie mir zugehört haben. Ich bin noch so frech und so frei, dass Sie noch auf mein jüngstes Buch einweisen auf meiner Homepage finden. Detaile. Danke vielmals, Max, für das extrem spannende Referat. Ich nehme viel Erkenntnis mit. Es gibt nicht nur den Goldwürfel, den man sich vorstellen kann. Jetzt, wo man weiss, wie gross das ist, den habe ich mir viel grösser vorgestellt. Ich bin sicher, es gibt noch Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Geschätzte Damen und Herren zu Hause, nutzen Sie auch jetzig wieder die Gelegenheit, uns mit dem bereits verwendeten Tool Menti, wenn Sie immer noch eingeloggt sind, dann sollten Sie jetzt ein Freitextfeld vorfinden, wo Sie unsere Fragen einreichen können. Wenn Sie das nicht vorfinden, dürfen Sie sich noch einmal einloggen via die eingeblendete Internetadresse www.menti.com und dem Code 57 21 36 6. Bis die erste Frage eintrudelt, Max erlaube ich mir eine persönliche Frage zu stellen. Ich denke, es liegt ein wenig auf der Hand. Wenn man diese zulassen, vergeht Zeit wie im Flugzeug. Du hast das schon angedeutet. Wenn ich jetzt an die Herausforderungen denke, an die Anlage im Markt, wie bist du persönlich dann in deinem eigenen Portfolio aufgestellt? Das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Frage. Und wenn die Frage schon gestellt wird, dann muss man einfach ehrlich sein. Persönlich bin ich aktuell nicht so investiert, wie ich es hier empfohlen habe. Das ist für mich auch etwas Zukunft. Meine Aufteilung ist ganz simpel. Ich habe ein Drittel Schweizer Aktien und ich habe zwei Drittel Liquidität. Also ich habe nur Schweizer Franken, ich habe keine Fremdwährungsaktien, keine amerikanische Titel, kein Facebook und weiß ich nicht was alles, was man da noch sollte haben. Und wenn ich meine Titel anschaue, dann habe ich bei diesen Titeln also ich kaufe keinen Fonds, ich kaufe nur direkt die Aktien, die ich mitverfolgen kann. Für mich ist einfach, weil ich selber keine Pensionskasse habe, wichtig, dass ich mit diesen Aktien noch etwas als Einkommen habe. Also ich habe nur Aktien, die relativ schöne Dividendenrenditen abwerfen. Also wenn Sie beispielsweise die Zürich Versicherung anschauen, wenn Sie eine Swiss Reihen anschauen, wenn Sie LVC anschauen, das sind so wunderschöne Dividendentitel. Auch wenn Sie ein Nestle anschauen, in den letzten 30, 35 Jahre, jedes Jahr Dividenden zahlen, jedes Jahr ein bisschen mehr. Das sind die Titel, die ich persönlich darauf legen werde. Also meine Buben und Meitler, das heisst meine Studierenden, die wissen, ich bin sehr risikoavers. Ich gehe zwar gerne Risiko ein, aber nicht allzu viel. Also wenn ich diese Frage einfach ehrlich beantworten will, bin ich nicht ganz dort, wo ich jetzt hier die Richtung aufgezeigt habe. Also ich nehme mit, Qualität, Schweizer Fokus und aus deinem Referat eigentlich eine von den Kernaussagen. Zinsen sind der allbestimmende Faktor. Jetzt schauen wir, ob bereits schon eine Zuschauerfrage eintroffen ist. Das ist der Fall. Und zwar fragt eine Zuschauerin oder eine Zuschauer, warum sollte ich in Obligationen investieren, wenn die Zinsen fast nicht mehr sinken können? Also Sie sehen, ich habe ja gesagt, mit Obligationen ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gross, dass man in der nächsten Zeit Geld verdienen kann. Wenn Sie aber ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, mit Aktien, mit Obligationen, dann geben die Obligationen, wenn die Aktienmärkte stark schwanken, eine gewisse Stabilität. Also Sie haben vor allem auch nicht das Problem, dass Ihre Bank zumal sagt, hoppla, Sie haben zu viel Geld auf dem Konto, ich will noch negative Zinsen belasten. Also Obligationen, wenn man davon ausgeht, dass das seitwärts geht, möglicherweise auch etwas Retour. Wie auch immer, Obligationen auch in den nächsten Jahren werden eine gewisse Stabilität in ein diversifiziertes Portfolio bringen. Von dort her kann man einen gewissen Obligationenteil, ich würde aber den Obligationenteil zurzeit nicht grösser als 20 Prozent machen. Vielen Dank Max für die Antwort, die sehr ausführliche Antwort. auch mit Negativzinsen natürlich ein Thema wagt, weil in den Medien präsent ist. Es ist noch eine weitere Frage eingetroffen, und zwar würden Sie jetzt noch einsteigen oder gestaffelt oder sogar über mehrere Monate halt eben gestaffelt und Jahre? Also die Antwort ist sonnenklar, jetzt einfach voll einsteigen würde ich völlig daneben finden. Wenn jetzt jemand das Portfolio will aufbauen, dann geht er gestaffelt hinein. Also möglicherweise auch über ein Jahr gestaffelt, möglicherweise über eine längere Zeit gestaffelt. Also wenn jemand beispielsweise 100'000 Franken vorig hat, dann würde ich beispielsweise mal mit 5-10'000 Franken pro Monat rein, aber auf jeden Fall gestaffelt. Ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass man noch im Frühling eine mittlere Korrektur erleben könnte. Danke vielmals. Ich denke auch bei dieser Frage bietet sich ja möglicherweise auch ein Produkt wie ein Fondsparplan, wo man quartalsweise oder monatliche Einzahlung durch ein tätiges Portfolio kommt mir jetzt spontan in Sinn. Eine Frage, die freut mich. Was haltest du, Max, von ETFs? Das heisst Exchanged Traded Funds. Das sind Fonds, die am Sekundärmarkt, sprich an der Börse gehandelt sind. Was ist deine Meinung zu ETFs? Also ein ETF bildet ja einfach einen Index ab. Also zum Beispiel der Aktienmarkt in der Schweiz. Wenn jemand einen ETF kaufen will, macht er sicher keinen Fehler. Er ist einfach gebunden an den Index. Für mich persönlich, also einfach, ETF ist sicher eine gute Idee, ist keine schlechte Idee. Persönlich bin ich der Meinung, dass das Geldanlegger noch etwas Freude machen sollte, damit ich noch persönlich erlebe, was passiert mit meinen Aktien, die ich im Depot drin habe. Also wenn sich jemand gerne etwas mit Aktien beschäftigt, auch einmal etwas rein und raus geht, dann sind ETFs nicht das Richtige. Aber ETF als Grundidee passt auf jeden Fall. Also es könnte auch sein, dass ich bei den Aktien in der Schweiz, wenn ich dort einen Fokus setzen möchte, vielleicht direkt investiert bin und beispielsweise einen Aktienmarkt in Asien oder einen Aktienmarkt in Amerika eher mit einem ETF abbilden. Also ETF ist sicher eine schöne Idee und sie haben vernünftige Gebühren. Ich glaube mir eine Folgefrage zu den ETFs, Max. Gibt es bei der Qualität etwas Besonderes zu beachten, wenn wir ETFs kaufen? Also Sie sehen, die ETFs werden ja unterschiedlich konstruiert. Also wir haben ETFs, die hinten durch 1 zu 1 quasi einen Mini-Index haben, also die Aktien real drin haben. Also ich würde empfehlen, wenn Sie einen ETF kaufen, dann investieren Sie in einen ETF, der direkt die Aktien hat. Es gibt auch ETFs, die mit Derivaten so etwas abbilden. Dort hätte ich eher ein bisschen Vorbehalt. Aber wie gesagt, ETF und wenn schon, würde ich einen nehmen, der direkt investiert. Also wir nehmen mit, es gibt Qualitätsunterschied bei ETFs. Lassen Sie sich bitte von Ihren Kundenberaterinnen und Kundenberater beraten und unsere ETF und auch Indexfondpalette zeigen. Wir haben eine weitere Frage. Es ist schön, dass wir so viele Fragen entgegennehmen dürfen. Und zwar, denken Sie, dass der Aktienmarkt bis Ende Jahr korrigiert? Und wenn ja, um wie viele Prozent? Also ehrlich gesagt keine Ahnung. Sie sehen, ich habe mein Aktienbarometer, und man kann die Aktienmärkte vergleichen mit einem Vulkanausbruch oder mit einem Erdbeben. Es kündigt sich je nachdem das eine oder andere an, aber kein Mensch weiss, wann und in welchem Ausmass die Korrektur kommt. Also ich könnte mir jetzt lebhaft vorstellen, dass wir diesen frühen eine Korrektur im Rahmen von 10 bis 15 Prozent haben könnten. Ich weiss es allerdings nicht. Also ich selber habe jetzt einfach mein Aktiendepot mit einer kleinen Position Short-mini-Future abgedeckt. Ich halte es mich also ein bisschen abgesichert gegen mögliche kleinere oder mittlere Einbruch am Aktienmarkt in der Schweiz. Vielen Dank. Gehen wir doch gerade zu der nächsten Frage. Und zwar, welche Risiken haben die hohe Devisenpositionen von der Schweizerischen Nationalbank auf unsere Wirtschaft? Das finde ich eine sehr gute Frage. Es war beeindruckend, einmal die Menge, den Anstieg zu sehen. Also einfach, die Risiken sind für die Wirtschaft, die sehe ich nicht. Wir müssen einfach sehen, von diesen knapp 900 Milliarden Schweizer Franken, wo die UBS jetzt amerikanische Dollar, Euro, britische Pfunde und so weiter im Depot haben. Von diesen sind etwa 150 Milliarden in Aktien investiert und den Rest in Obligationen. Wenn jemand sich interessiert, das wollte ich einfach nicht auch noch einpacken, wie etwa das Aktienportfolio von der Schweizer Nationalbank aussieht. Das ist klar. Da haben Sie all die Erinnerungen, die jetzt die amerikanische Börse Richtung Norden, man könnte auch sagen, Richtung Himmel treiben, in der Regel. Also Risiken gibt es nur für das Ausmass der Höhe der Devisenbestände der Schweizer Nationalbank. Also wir sehen, die Nationalbank hat wieder ein ziemlich gutes Ergebnis angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere, etwa im Rahmen von 30 Milliarden Franken. Und Sie sehen, das Risiko besteht eigentlich nur bei der Nationalbank, dass das Aktienportfolio relativ stark schwankt, aber das blockt eigentlich die Nationalbank nicht sehr gross. Also auf die Wirtschaft sehe ich keine positive oder negative Auswirkungen. Positive Auswirkungen, solange die Nationalbank das noch darf, die USA hat bereits mit dem Mai-Mai Finger gewunken. Die positiven Auswirkungen sind einfach die, dass wir einen Schweizer Franken haben, der noch einigermassen konkurrenzfähig ist für unsere Exportindustrie. Kann man bei der Schweizerischen Nationalbank dann eigentlich schon fast von einem Staatsfonds reden? Bei diesen Vermögenswerten? Es gibt natürlich durchaus gewisse Kreise, die Appetit hätten auf die 900 Milliarden Franken. Ich würde meinen, es wäre nicht wahnsinnig gescheit, wenn wir jetzt dort an diesem Kuchen anfangen zu knabbern und den allenfalls sogar verteilen. Danke vielmals für die Ergänzung. Dann werden wir eine weitere Frage beantworten. Und zwar, soll man jetzt in Fondsmandate, zum Beispiel balanced Schweizer Franken, 100'000 Franken investieren, wenn man sich nicht damit befassen will? Also ich nehme mit, wenn man sich nicht mit der Anlage selber auseinandersetzen will, soll man Investitionen in ein Fondsmandat ausgewogen machen. Du hast das gezeigt an die Strategie, mit 100'000 Schweizer Franken was starten. Ja, also beachten Sie einfach dort die Kursschwankungen. Sie können ja die Diagramme, die Folien noch zu Hause in Ruhe anschauen. Das gilt das Gleiche wie bei der Frage, die vorher schon gestellt worden ist. Wenn Sie jetzt in ein balanced Mandat reingehen, dann würde ich einfach etapiert rein. Also das muss nicht gerade ein Fondsparplan sein, aber ich würde einfach, wenn Sie 100'000 Franken haben, monatlich portionenweise zwischen 5'000 und 10'000 Franken reingehen. Das kann sein, dass Sie das erst in anderthalb Jahren voll investiert haben. Aber sofort würde ich aktuell nicht reingehen. Danke vielmals. Neben den Fondsmandaten bieten wir natürlich auch Einzeltitelmandate an. Ich würde sagen, wir beantworten noch zwei weitere Fragen, Max. Die Zeit ist vorgeschritten. Es sind noch ganz viele Fragen, die wären eigentlich noch da. Und zwar die nächste Frage. Sind die steigenden Gebühren in den Statistiken auch berücksichtigt worden? Also die Gebühren sind selbstverständlich nicht berücksichtigt. Ob die Gebühren jetzt tatsächlich gestiegen sind in letzter Zeit, das möchte ich im Fragesteller. Also die Banken haben ja einen knallharten Konkurrenzkampf bei den Kur-Taschen, bei den Börsen-Gebühren, bei den Depo-Gebühren. Aber in all diesen Statistiken, die ich gezeigt habe, zum Obligationenmarkt, zum Aktienmarkt sind keine Depo-Gebühren, es sind keine Transaktionskosten, keine Kur-Taschen. Also das muss man alles entsprechend berücksichtigen. Die kommenden Steuern selbstverständlich auch nicht. Das ist noch ein guter Hinweis an dieser Stelle. Eine letzte Frage, die wir sehr gerne beantworten. Was wäre eine sinnvolle Strategie, wenn die Zinsen wirklich steigen würden? Ich höre ja auch schon eine Skepsis daraus. Was wäre denn eine sinnvolle Strategie? Also eine gescheite Antwort darauf gibt es nicht. Also wenn die Zinsen jetzt wirklich steigen, dann gibt es natürlich Derivate, wo sie mit steigenden Zinsen Geld verdienen können. Wir antworten sehr gerne weitere Fragen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. und zwar via der eingeblendeten E-Mail-Adresse events.ukb.ch. Selbstverständlich steht Ihnen auch Ihre Kundenberaterin und Ihren Kundenberater mit Rat und Tat zur Verfügung. Bitte dünzen Sie doch die Gelegenheit, uns würde es brennend interessieren, was für Fragen der Nomen waren. Wir schauen uns die nachher an. Stellen Sie uns die bitte, dass wir Ihnen auch antworten können. Das Tool, das wir jetzt eingesetzt haben, wir sehen den Absender nicht. Max, wir sind am Schluss angekommen, bedauerlicherweise. Wie gesagt, die Zeit ist wirklich einfach nur so vorbei geflogen. Ich möchte dir recht herzlich danken für den Einblick, den du uns gewähren konntest. Ich nehme wirklich einige Erkenntnisse mit heute Abend. Ich nehme an, du stehst uns auch noch bei der Beantwortung von der einen oder anderen Frage gerne noch zur Verfügung. Du wirst uns auch als Coach für unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater weiter begleiten. Ich freue mich darauf. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und vielleicht noch ein Schlusswort von meiner Seite. Ich wollte das eigentlich am Anfang von meinem Referat stellen. Ich habe es dann wieder rausgekommen, weil es ein gescheitertes Zitat gegeben hat. Ich bekomme jemanden Anfragen. Ja, du als Experte. Und ich sage immer, ich bin kein Experte. Ich habe Mühe mit dem Wort Experte. Keiner von uns weiss, was morgen und über morgen passiert. Und ein Kernsatz von mir. Wenn 80% der sogenannten Experten ansagen, ist die Wahrscheinlichkeit für B, C, D oder etwas völlig anderes extrem hoch. Also haben Sie nicht allzu viel Respekt vor Aussagen von sogenannten Experten. Dann bilden Sie sich selbst ein Urteil. Das ist der beste Ratschlag, den ich Ihnen am Schluss noch geben kann. Danke vielmals für dein Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute, Max. Vor allem ist Gesundheit natürlich. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Noch einmal für Ihre aktive Teilnahme. Ich freue mich riesig über den grossen Haufen von Fragen, die uns erreicht haben. Und auch Ihre Hilfe bei der Interaktion. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich über unsere Eventplattform angemeldet haben, werden in den kommenden Tagen ein weiteres E-Mail von uns bekommen, die die Möglichkeit haben, uns eine Rückmeldung zu geben, zum heutigen Format, zum Referent, sowie auch natürlich zum Gastgeber. Bitte machen Sie von diesem Gebrauch. Nur mit Ihrer Rückmeldung können wir uns verbessern und das Format möglicherweise für künftige Veranstaltungen anpassen. Das Video von heute Abend war eine Live-Veranstaltung. Wir stellen das Video zur Verfügung. Auch während der kommenden Arbeitstage auf unserer Internetseite www.ukb.ch. Ich lade Sie ein, noch einmal nachzuschauen. Auch bei den wirklich doch sehr interessanten Charts und Diagrammen, die uns Max aufgezeigt hat. Und scheuert Sie sich auch nicht, doch bitte das Video zu teilen und uns auf YouTube ein Like hier zu lassen. Im Namen des ganzen UKB-Team darf ich Ihnen ausrichten, dass wir Sie natürlich bald möglichst wieder persönlich bei uns empfangen möchten. Drücken wir die Daumen, dass das der Fall sein wird. Ich wünsche auch Ihnen zu Hause jetzt alles Gute und vor allem auch eines wie an Max, vor allem Gesundheit. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Abend. Ade miteinander.